Hallo Leute und herzlich willkommen zum Goat Simulator! Das ist unfair, ich habe gerade eine Begrüßung gemacht. Das hat weh. Jutti, ich habe dieses Spiel ja mal von Abonnenten geschenkt bekommen und... Ich habe den Ball da aufs Dach geschossen. Und ja, wir schauen uns gerade diese wunderschöne Multiplayer-Game. You need to be... Oh, ist okay, ich habe keine Freunde. Ist okay, ja. Sag es mir nur, reib es mir, reib es mir einfach unter das Auge und sage keinen Sinn. Ja, ein Kind, ich spiele gerne mit Kindern. Warte, ich schleiche mich... Ne, es ist doch kein Kind. Leck! Oh, ich glaube, der ist Nichtschwimmer. Und er hat ein bisschen zu viel Alkohol getrunken. Tja. Ich werde mich um deine Frau kümmern. Yay! Nachdem ich mit diesen Ball gespielt habe natürlich nur. Oh, badass Musik. Eww. Was? Ja, ich? Ey. Für was? Türen? Ey, ich... Hallo? Ich dachte gerade so... Ja! Au. Wieso Walljump? Das ist ein fucking Fenster. Wird sie mich verarschen? Geh, ich hatte die Tür. Ach, verarsch mich nicht. Geht doch. Hey, ich habe dein Mann versprochen, dass ich mich um dich... Oh, lass ich mich um dich kümmer. Oh, Drogenfarm. Oh, ja. Oh, ja. Ich mache alles kaputt, was ich sehe. Da ist die Frau wieder. Ich muss noch mehr an ihr lecken. Sie ist von der Zucker. Natürlich. Zucker. Hä? 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 Oh, Gott. Weißt du, ich hatte gerade voll den Rausch. Ey, ja. Au. Ja, es tut weh, aber erst mal tut es immer weh. Das legt sich. Vertrau mir. Ich weiß, wovon ich rede. Wow. Ich bin voll schnell. Ich bin Hyperziege. Oh, mein Gott. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Aber ich weiß, dass ich verdammt geil drauf war. Ui, 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 ui. Jetzt habe ich mir aber erst mal Urlaub verdient. Mensch. Gut. Ich nehme das Boot da hinten. Wenn ich da hinkomme. So. Oh, guck mal. Ein Ebenbild von mir. Ja. Warte, ich möchte da so stehen. Oh, ja. Hi. Yay. Hey, darf ich mal stören? Ich finde, ihr passt voll nicht zusammen. Babe, du solltest dir lieber eine Ziege zulegen. Ja, ja, ja. Ja, so ist es brav. Geil. Komm ich hier rein? Nein, schade. Ich mache gern Sachen kaputt. Dankeschön. Ich will das Boot haben. Yay. Ich fahre. Da fällt mir ein, ich kann überhaupt kein Boot fahren. Oh, balalala. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich bin eine Ziege. Ich bin eine Ziege. Nein. Mein Boot. Warte auf mich. Oh, da ist eine Sandbank. Ich gehe zur Sandbank. Yay. Das ist die beste Fortbewegungsart der Welt. Ist das überhaupt eine Sandbank? Ich glaube, das ist ein riesiger Wal. Ja, ich, 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 ja, es ist ein Wal. Es ist aber sowas von ein Wal. Oh, ja, komm. Ich zeig's dir. Boah, wie ich's den einfach gebe. Wie ich's dem Wal einfach gebe. Seht ihr das? Seht ihr das? Wie ich's dem einfach gebe? Wie ich's dem richtig besorge... Warte, nein. Yay. Leute, denkt immer dran. Wale sind, äh, halbtote, faule Tiere. Du bist recht dünn für ein Wal. Also, jetzt wirklich. Das ist ein Kompliment. Ah! Spielzeug! Ich möchte Achterbahn fahren. Diese Ziege... Da stürzt ein Helikopter ab. Das ist, äh... Nein, er fliegt. Noch fliegt er, er landet nur. Okay, schade. Ich lasse der Schiss ab. Da ist mein Boot, ja. Ja. Au, warte, warte. Äh. Ich häng mit der Zunge dran. Es kann mir nicht entkommen. Jetzt, jetzt bleib doch mal hier, Mensch. So. Kann ich... Fährt es wieder? Nein, es fährt nicht wieder. Schade. Ich dachte, ich könnte damit fahren. Egal. Mache ich mein Leben halt weiter. Ich schaffe das schon. Ganz alleine. Ja, es ist eine Ziege. Was dagegen? Ich bin die schönste Ziege auf diesem Planeten. Oh, ich will da rein. Ich will da rein. Ich will da rein. Da ist ein Abflussrohr. Das sieht richtig stinkend aus. Ich will da rein. Hä? Ich bin drin. Oh mein Gott, wie geil. Geil. Au. Komm ich da nicht weiter? Lol, was bringt es mir dann? Ist das nur ein Secret oder was? Halt. Da geht's rein. Da geht's rein. Die Ninja Turtles. Die aggressiven Ninja Turtles. Ich will Pizza. Äh. Oh mein Gott. Die haben sogar die Namen. Geil. Ich möchte Pizza. Ihr habt keine Pizza. Da ist eine goldene Ziege. Wo ist die goldene Ziege? Goldene Ziege. Yay. 6 von 31. Ihr habt keine Pizza hier. Ihr seid nicht echt. Ihr seid nicht echt. Irgendwie wirken die so ein bisschen tot. Ey. Lass mich in Ruhe. Wo ist euer Senpai? Was hast du gegen mich, Mann? Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, dann hast du dir halt was gebrochen. Ich bin doch nur eine liebe kleine Ziege. Oh, ich möchte spielen. Warum stinke ich jetzt? Super, ich stinke. Geil. Toll gemacht. Gehe ich halt wieder. Irgendwie habe ich so den Pesthauch des Todes an mir. Reicht er wieder durch? Ja. Oh mein Gott. Was passiert hier? Alter, ich mache gar nichts. Was ist das für eine kranke Scheiße? Alter. Ähm. Mami. Was mache ich hier? Lol. Äh. Hallo? Das ist so übelst krank. Ey. Was passiert hier? Ich drücke übrigens gar nichts. Hallo? Kannst du mal bitte wieder normal werden? Ähm. Ja, es ist überhaupt nicht mega creepy. Nein. Ähm. Ich möchte schon gerne... Was habe ich jetzt gemacht? Äh. Ich gehe voll unter. Digga. Was ist das bitte? Was ist das für eine Scheiße? Hallo? Darf ich bitte weiter machen? Ey, das ist so krank. Es ist einfach so unnormal krank. Ich kann fliegen. Ich glaube, es ist die Map-Begrenzung und hier hängt es irgendwie. Ja. Fly, Lil. Go fly. Super. Ich würde voll gerne... Kann ich... Ich spawne. Was war das bitte für eine... Alter! Alter, das ist dieser Pesthauch. Oh mein Gott! Hm. Was ist das denn, hey? Das ist irgendwie... Ich glaube, wenn ich Q drücke... Oh, das ist so krank. Das ist so krank. Dieses Spiel ist so krank. Nein! Ich habe keins gedrückt! Nein! Ey, ich restarte das Spiel ganz kurz. Ja, ich möchte die Map restarten. Was ist das für eine kranke Scheiße? Ohne Witz. Bitte. Okay. Alles in Ordnung. Ich bin nur eine Ziege. Slow-Mo. Slow-Mo. Ich habe gerade gelernt, wie viel Slow-Mo geht. Tut mir leid, das muss ich sofort einsetzen. Ja, das ist eine Ziege. Guck mal, ich bin voll süß. Findest du nicht? Oh. Was? Du mochtest niemals Ziegen? Willst du mich verarschen? Hier, nimm sie mit. Hier, guck mal. Anhalter. Her, Anhalter. Hey, du lebst ja noch. Ja, es ist schon wieder eine Ziege. Was dagegen? Habt ihr was gegen Ziegen, Mann? Ich mag ja Ziegen. Ziegen sind toll. Oh, ich hatte vorher keine gegen... Oh, Ziegen-Power. Was ist das? Oh, wow. Das ist einfach mal so hardcore fest und geht gar nichts. Gut. Gut. Was ist... Mit Taugenmischer. Oh. Ich möchte jetzt zum Freizeitpark gleich. Aber vorher mache ich hier mein Späßchen. Oh, ich springe jetzt durch alle Hindernisse durch. Ja, es waren Hindernisse für mich. Ich könnte da hinten bestimmt noch irgendwo hin, ne? Aber was bringt es mir? Ist da was Cooles? Ich weiß es nicht. Geh mal weg. Ah. Ich will da rum. Da ist bestimmt irgendein Secret oder so. Nein, das ist einfach die Ende der Map. Okay, gut. Das ist die Mapbegrenzung. Da wäre jetzt noch ultra das Secret dahinter im Wald rum. Bring a towel. Oh, das ist ein... Ja, das ist dann schon so ein bisschen Alien-Technologie. Geil, das war ein Alien. Geil, du. Kann ich da rein? Ich möchte da rein, Mann. Lass mich da rein, ey. Digga. Ich muss doch da bestimmt irgendwie reinkommen, oder nicht? Komm schon. Ich kann doch da bestimmt irgendwie rein. Oder nicht? Nein. Au. Okay, das ist kein Loch wirklich. Ich dachte, das wäre so ein Loch. Da komme ich auch nicht rein. Ich möchte überall reinkommen. Das wäre viel cooler. Mit Ziegen, die überall hin darf. Das wäre doch jeder. Jeder mag Ziegen. Mögt ihr Ziegen? Ich hasse Ziegen. Jeder mag Ziegen. Ich könnte auch da runterlaufen. Hä? Runterlaufen ist was für Leute, die nicht springen können. Mögt ihr Ziegen? Hiya! Oh. Ich dachte gerade echt, das wäre erstmal ein Pool. Ey, ich habe die Map schon mal gespielt. Ich habe so viel vergessen. Ohne Spaß. Wow. Ja, amazing, ne? That goat is amazing. Hi. Au. Darf ich mal? Darf ich mal? Dankeschön. Eine Ziege möchte hier durch. Du warst auch mal eine Ziege. Das ist ja sehr schön. Hallo. Oh, schade. Ich will da hoch. Okay. Hiya! Oh, geil. Das ist Ziegen-Power. Und auf den Kopf. Hiya! Okay, das war nicht so cool. Nochmal. Ziege! Gut. Ich könnte einen Ball hinschmeißen. Ja! Mei! Ziege! Ich weiß nicht mehr genau, wo ich bin. Es ist auf jeden Fall scheiße. Okay, macht keinen Spaß. Ich will woanders hin. Zeig mir mehr! Give me more! Give me more! Show me! Show me! Show me more! Kann bestimmt hier auch noch irgendwie raus. Uh! Ein... Ähm... Baumhaus! Oder so. Also... Ja! Wow! Und so. Okay, ich schaff das. Ich spring einfach... Dahin! Miss. Ich krieg das hin? Geht das kaputt? Nee. Ey, meinte da hoch! Bitte! Ich bin eine Ziege! Mist. Okay, dann eben nicht. Ich wollte da eh nicht hin. Fand ich eh scheiße. Oh, ne Statue! Und meiner. Yay! Sieben von 31. Wow! Wir hätten gedacht, dass das gleich so explodiert. Niemand. Niemand hätte das gedacht. Ui! Was grünes! Also bestimmt eine Zeitaufgabe, weil da eine Uhr ist. Ja, ich bin schlau. Hi! 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 Do you wish to start the time trial once? Score as many points as possible. Ne, hab ich keinen Bock drauf gerade. Ist ja lame. Ich möchte in den Freizeitpark. Ups! Ähm, der Fahrrad ist kein Zeichens. Ähm... CHT9032 sollte man bitte auf den Parkplatz kommen. Und das Auto ist danach gepackert auch. Daneben meine ich natürlich nicht danach. Ich schaff das. Ja, Ziegen sind die besten Haustiere ever. Ich sag's ja immer. So, das ist der Caprito-Bark. Oh, ne Ziege! Ich bin eine ganz normale Ziege. Geh weg! Geh weg! Ich bin hier das da. Ich! 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 Dankeschön! So. Power! Okay, somebody who is could... Okay, ja, ja. Nein! Nicht die Leiter! Die brauchte ich noch. Eventuell. Oh, Geld. Geld mag ich. I like Geld. Oh, oh, wo geht das hin? Ich will da auch drauf. Egal, wo das hingeht. Das ist meins. Wenn das gleich wieder runterkommt, ne? Ich bin da sowas von drauf dann. Kommt das wieder runter überhaupt? Ähm. Ich möchte auch! Ah, da. Dani auch! Darf ich? Darf ich? Darf ich? Ja! Das muss nicht unbedingt mit rein. Das ist Müll. Yeah! Oh mein Gott! Ich mein, oh mein Goat! Ich bin eine Ziege. Und ich bin hier drin. Ziege, Ziege, Ziege. Ah! Wieso geht man hier nicht mit Ziegen um? Das ist ja jetzt eine Arsch-Wix-Sache, ne? Ganz ehrlich, das geht ja gar nicht. Hast du gesehen, was die getan haben? Hi! Ich will nochmal. Ganz vorsichtig, ich bin eine Ziege. Wir sind sehr zerbrechliche Lebewesen. Sehr sensibel. Man sagt auch, so sensibel wie eine Ziege. Wehe! Du tust mir wieder weh. Ah! Perfekt! Statue! Yay! 8 von 31! Okay. Okay, ich schaffe das! Ich will mitfahren! Das ist voll unsicher hier. Ist das schon mal jemandem aufgefallen? Ähm, hältst du an? Darf ich rein? So. Ja, und wie halte ich mich jetzt fest? Ich lecke mich einfach mal fest, okay? Und jetzt alle Hände hoch! Ich sehe gar nichts mehr. Oh mein Gott! Ich hänge! Ich hänge! Oh mein Gott! Yay! Also, mir macht Spaß! Yeah! Kann ich nochmal? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Yay! Es geht schon wieder los! Und es geht schon wieder los! Das kann doch echt nicht wahr sein! Ey, ich bin drin! Oh, ich bin wieder draußen! Ja! Ja, danke schön! War lustig! Meine Zunge tut ein bisschen weh. Aber sonst geht's! Oh, ich möchte auf den wilden Stier reiten! Scheiße! Ich wollte da drauf! Was? Nein! Du Mistkerl! Digger, du bist voll im Weg! Willst du mich ficken? Nein! Ich wollte da mitfahren! Warte, Bo! Warte! Warte, wir müssen da... Wir müssen ein bisschen so... Ja, komm! Mit dir ist es voll schlecht zu handhaben. Weißt du das eigentlich schon? Ich will da mitfahren! Ich möchte mitfahren! Ich fahre mit! Ich fahre mit! Also quasi! Gleich! Gleich bin ich drin! Au! Au! Fast! Fast geschafft! Au! Halten die Dinger auch jemals an? Darf ich das als klares Nein sehen? Au! Ey, wenn ich diesen Typen von mir los hätte, ne? Dann wäre alles so viel cooler! Ich habe das Gefühl, der ist tot! Au! Das gibt Kopfschmerzen! Weißt du, vielleicht will ich da auch gar nicht mitfahren! Nee, ich möchte... Ich möchte... Doritos! Und ich möchte... Egal, was das hier ist, ich will es! Ähm, vielleicht will ich es doch nicht. Komm, wir gehen in die Hiftburg! Kleine Kinder rausschmeißen! Awesome! Ja, ne? Ziegen! So was... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Yay! Nein! Ja! Nein! Boah! 464 mal 5! Hui! Oh, das ist so geil! Nein! Ähm... Okay! Ich kriege das hin! Nein! Mist! Ey, guck mal! Das sind Ziegen! Oh, ne Tuba! Ja, was viele nicht wissen, ich bin ja so der Tuba-Meister! Ich will keinen Wall Jump! Ich will den Typen hier! Komm, geh da wieder drauf! Komm schon, Typ! Hey, willst du einen Typen kaufen? Excuse me! Ich habe einen Typen an mir dran! Hi! Na? Darf ich mal? Oh, ich will rutschen! Ich will rutschen! Hui! Ohne ihn wäre es cooler! Bam, bam! So, Leute! Ich würde aber sagen, das war es von Ghost Simulator! Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare! Und ich hoffe, bis dahin bin ich den Typen da los! Und sonst wünsche ich... Bedanke ich mich für's Zusehen! Wünsche euch einen wunderschönen Morgenmittagabend! Und bis zum nächsten Mal! Ciao!